So, die 15 Minuten starten jetzt. Jetzt ist mein Kumpel dabei. Es geht weiter. Es geht weiter. Wohin muss ich? Dahin, da runter. Scheiß auf Leiter. Krieg sowieso keinen Fallschaden. YOLO. Genau, YOLO. La 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 la. Oh. Oh. Hm. Reaktor muss ganz ablassen. Das Abgasventil wird sich öffnen. Geht's los nach. Dort wo ist hier... Das mich! Nee, die sind... Haha. Ha. Kann ich hier in Ruhe nachladen. Ich weiß ja nicht mal wo ich hin muss. Doch ich weiß es. Weil ich jetzt keinen Bock auf Krieg hab, tue ich mich jetzt mal unsichtbar machen. Nein! Ich nehm die Leiter! Oder vielleicht meine mit Leiter Aufzug. Wer muss hier irgendwo sein? Glaub's nicht. Glaub's nicht. Ah, Mann. Das Tarnungsfeld war voll teuer. Das war 12.500. Ich bin in einer Viereck drin. Ich bin in einer Viereck drin. Ich bin in einer Viereck drin. Ich hüpfe. Ich kann voll hoch hüpfen. Schau mal. Ist es nicht schwarz-weiß grad? Nee. ich bin er wo automatische Tür aber Wiedersehen schönes Leben noch obwohl der hat kein Leben mehr wir nicht getroffen ich habe ich habe ihn noch getroffen oder Captain es wird brenzlig ha ha Uiuiuiuiui wie geht es dir das tut wozu können wir uns verstecken es brennt scheiße ja ja auf dem Markt es gibt der Rache Rache hoch 3 ich habe keinen Bock auf den Scheiß mehr ich will nicht Jolo machen auch wir haben ja den Nahkampf haben wir den Nahkampf ja da kommt noch einer ich kriege hier einen Nahkampfbonus die ganze Zeit lass mich mal kurz nachladen dankeschön die sind wenigstens nett die lassen mich wenigstens nachladen wie blockiert am Arsch blockiert mein Ghost ist blockiert Du feuerst nicht mit der Shotgun auf mich so oh Gott ja ich genau ich geh genau in die Garnate rein ich bin ich bin ich bin Wundern ich glaube Ghost ist blockiert weil das um weil das Karten-Ding blockiert ist. Wo sind denn die? Ich sehe dich nicht. Hallo, bist du? Ja, wo bist du? Der ist da drinnen. Der ist da drinnen. Nee, da ist er. Okay, ich habe den Bereich gesäubert und jetzt... Da. Hallo, doch nicht gesäubert. Hallo und gut. Ich glaube, ich habe keine Zeit fürs Hacken. Nein, ich habe keine Zeit fürs Hacken. Ja, treffen muss man auch können. Ich brenne! Ich brenne, lass mich, du Hurensohn! Gut, das war so klar. Das muss ich jetzt alles nochmal machen. Gut, und jetzt zum anderen Geschütz. Ein folglicher Sondage. Jetzt kommt der Feuertyp hier wieder. Da ist er. Da ist er. Lass mich auf der Rolltreppe. Er schaut sich so an. Schau, wie heimlich der ist. Ich habe auf sein Fass gesto... Ich muss hacken. Yay, okay. Warte. Ich kriege nochmal... Ich habe nichts gesagt. Das ist nicht getroffen. Nein, das war unter. Darunter. Überraschung. Au. Ich brenne immer noch. Nee. Dies, boy, is on fire. Ha? Nein, 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 nein. Ich kriege jetzt auf die Fresse. Scheiße. Oh. Mein PC hat die... Ja, ja, ja. Alles aber hier. Nein, nicht so richtig. Ich muss noch alles putzen. Ich muss noch alles putzen. Schnauze-Kamera. Ja, treffen. Lass mich! Oh, mein Mann. Nee, 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 nee. Okay, regenerieren. Regen-er-eren. Oh, dein, dein, dein schönes Geschenk. Dankeschön. Aber ich nimm's nicht an. Grat. Wo sind das? Oh, ich seh's. Oh, ich seh's. Okay. Oh, oh. das ist nicht nett nein Eis ist nett Mais ist nett ja boah die helfen mir ja auch ist es süß ich stehe auf der Standort auf dem Dankeschön aber ich verzichte auf den auf die Hilfe ich schaff's auch alleine normalerweise aber nee kann ich da nicht hoch doch jetzt kann ich hoch okay wohin hörf mich hörf mich ich hab's geschafft das Abkassventil ist offen der reichende Lerntor wenn er explodiert wird Quakekrad wegjagen aber das ist doch nicht alles After all Quakekrad ist erst zufrieden denn alle Verdachten die Explos sind dieser Krieg wird bald enden und zwei Hände die muss es rein die Erde einbaden Scheiße oh nein ich lenke sie ab wir können auf die Beine na los oh ich hab gedacht ich falle jetzt okay okay was muss ich jetzt machen die Brennstoffregulatoren ausschalten die Reaktor destabilisieren eine Kettenreaktion verursachen es gibt drei Brennstoffregulatoren sie müssen die Verkleidung abnehmen und sie dann ausschalten jeder hat einen Auslöseschalter wo warte ich muss kurz Waffen wechseln he 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 okay das ist ein Sniper oder? nein 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 nee das steht ja unten links das ist so eine Revolverart okay wir sind feuerbereit mein Freund wie feuerbereit achso ich hab verstanden feuerfest ja das wäre schön feuerfest wäre wirklich schön das ist mich ui das ist eine Shotgun wow das ist ja cool die geht schnell wow au wo wo was ist mit meiner Mama wo ich habe mich voll den Kopf weggeballert voll brutale Spiel muss ich zurückgeben scheiße ich hab keine Munition mehr was soll ich jetzt machen oh nein ich hab keine Munition mehr was jetzt erstmal fucking Munition kaufen der Krieg war der Krieg war okay wir sehen uns gleich ich hab keine Munition mehr ich hab keine Munition mehr